In einem Hadith sagt der Prophet Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam Seteftariqu ummati ala thalathin wassebaina firqa in einer Rewaia milla, firqa war milla Gruppe, Gruppierung, Sekte Gruppen Kulluha finnar illa wahida Alle sind sie im Höllenfeuer 73 Gruppen, meine Ummah wird sich teilen in 73 Gruppen Alle sind im Höllenfeuer Außer einer In einer Rewaia, ich glaube der von Trimidi wurde er gefragt, welcher ist das Ya Rasulullah Das was ich heute glaube ich und meine Sahaba Das ist die eine Gruppe Al firqa al-Najiyah die gerettete Gruppe Der Prophet Mohammed Sallallahu alaihi wa sallam sagte das sind ja mit Ummati, das heißt die anderen sind keine Kuffare, das sind Muslime Aber die gehen ins Höllenfeuer Warum? Weil die Fehler haben, nicht in Sünden Der hat geraucht, der hat gekifft oder der hat Shisha oder Frauen angeschaut oder sonst was Nein Die haben Fehler in Aqida Im Glauben haben die Fehler Wie man an Allah glaubt Wie du an Allah glaubst Wie du deine Religion ausübst quasi In dieser Sache In der Glaubenslehre Deswegen gehen sie ins Höllenfeuer hoffe ich , ich weiß gar nicht Ich weiß gar nicht muss beher bei mir this oder vor zum als Facebook Und mit